Yo, yo, was geht ab? Ich bin der Bank am Start wieder. Geiler Spielmodus, natürlich Splash MC, mein neuer Lieblingsjob, wo es einfach so einfach ist, aber davor, das Intro, aber davor nochmal ein kleines Screenshot. Leute, ich heiße in Minecraft so, ich werde nicht anders geschrieben, ich heiße 1 zu 1 so, ich bin kein Faker, ich bin gar nichts, nein, wenn ihr diese Namen seht, ich bin echt und ich verstehe gar nicht, warum ich schon als Faker, bzw. warum ich Faker haben sollte, aber egal, ich bin wie etwas verwirrt, gleicher Einstieg, erstmal das Intro. So, gerade eben schon das Intro, ich war gerade etwas verwirrt, ich bin in die Rolle gescheint, aber da sage ich so, oh my god, Lolligate, was ist so passiert? Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir mich irgendjemand erkennen, mit so einer Reichweite, weil die ist natürlich schon ein bisschen groß, kann man schon sagen, also auf meinem Fall ist es schon etwas größer, aber so eine Reichweite schon, ist egal, ich rede mich darüber nicht länger auf, aber hier nochmal ein Screenshot für dich, oder beziehungsweise ist schon gerade eben eingeblendet. Mann, 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 bevor man erst checkt, ob ich der Echte bin, nein, einfach direkt Faker sagen, solche Leute liebe ich, oh Gott, muss ich da hoch, hoffen wir mal, nein, ach ich voll Idiot. Lucky Block, Glück, bitte. Oh, schön, minus 50 Coins, super. Nee, aber heute wollte ich was ansprechen, heute, beziehungsweise heute ist für mich fast der Urlaub zu Ende, beziehungsweise morgen geht es wieder weg, ja, endlich wieder mein PC, ich vermisse schon. Nee, aber heute habe ich mir hier was schönes hier anzusprechen, heute gibt es kein großes Thema, sondern ich wollte einfach nur mitteilen, dass ich für euch das gesehen, morgen, am Freitag, einen kleinen Stream machen werde. Wieder erst mal gegen Abend, 8 Uhr oder etwas später, mal schauen, wie ich schaffe und da will ich einfach streamen und da will ich wirklich, ich weiß nicht, ob ich schon am Freitag oder am Samstag, also bei den beiden Tagen, ich bin mir sicher, ich spreche noch mal mit Toni ab, dass ich mit Doppelstreams wirklich doof bin, weil ich will vielleicht am Freitag bei Toni, aber ich weiß nicht, ob Toni auch am Samstag streamen, ich muss ihn mal später fragen, beziehungsweise ich kläre es dann einfach. Also, ich schaue einfach mal morgen ein paar Videos vorbei, dort wird nochmal genau gesagt, ob ich jetzt wirklich am Freitag oder am Samstag streame und heute verkacken wieder richtig hart, aber heute habe ich wenig vieles anzusprechen, heute habe ich wirklich noch etwas Stress da, ja, was habe ich mir da zu sagen, Stress, private Gründe, müsste ich unbedingt wissen, aber erst mal etwas Jumpen, weil mir ist langweilig und ich liebe dieses Spielmos, ich wünschte, es gäbe noch bessere von diesem Spielmos, noch mehr Features, so Jump Wars hier oder sowas. Ja, Lolli hat schon wieder perfekte Ideen, es glaubt, wenn ich irgendein Server mal eine Idee hier, Jump Wars, nee, was soll's, würde ich sagen, einfach als Speedart, da ich nicht so viel sprechen möchte, bis jetzt etwas geschafft bin, da ich für euch heute an diesem Tag noch viel zu tun habe, weil ich natürlich auch sehr viel Arbeiten wieder schreibe, freue mich auch mega, richtig viel lernen wieder, gefällt mir, und so langsam geht auch die Videoideen aus, natürlich auch immer so ein Grund, Videoideen gehen aus, ist natürlich nicht so schön, aber heute klinge ich vielleicht etwas motiviert, aber ich habe keine Ahnung, ich finde immer, wenn ich so spreche, habe mich motiviert, aber nachdem ich das Video sehe von mir, sehe ich mal, what the fuck, ich bin immer so eintönig hier, beziehungsweise ich betone gar nicht, fällt mir gar nicht richtig, auf, ich finde, ich betone, aber irgendwie nach dem Video dann doch nicht, ich schiebe mir alles aufs Mikro in der Nachbearbeitung, ich glaube, die raubt einfach diese ganzen Emotionen, die aus mir heraus sprudeln, und ich fand eigentlich dieses Jump-Duell hier, wollt ihr mehr davon haben, wollt ihr noch mehr Spieler in welchen Spielmodi schlagen, oder sagt ihr, nee, Leute, du hast schon so etwas verkackt, warum noch mehr, schaust du bitte gerne unten rein, ich bin wirklich über jedes Feedback, gefällt mir jetzt viel, aber ich kann nicht mehr sprechen, Leute, das war so schrecklich, ich kann nicht mehr sprechen, es tut mir so leid, aber dafür kann ich auch nichts, aber ich glaube, doch, ich habe, ich habe mal letzten Videos gesehen, ich lese die, die Kommentare, weil, ich glaube, es werden sicher wieder welche schreiben, dass, dass ich die nicht lese, aber ich lese sie auch, nur ich kann darauf schwer antworten, da ich dort, wo ich mich genau jetzt befinde, hart schlechtes Internet haben, beziehungsweise, wo ich mich gefunden habe, das ist wirklich schrecklich gewesen, und ich glaube, wenn ihr das Video seht, könnt ihr schon wieder daheim sein, ja, könnt ihr hinkommen, oder eher müsste ich rein theoretisch, ja, mal schauen, mal schauen, wie es ergibt, ihr werdet nochmal morgen darüber informiert, und erstmal ein kleines Spiel, halt, hoffen wir mal, wir schaffen das Modul Nummer 9, aber es ist gar nicht mal so schwer, ich liebe diese Module, weil die einfach so einfach sind, da kann ich einfach alle Leute abziehen, oh Gott, das ist schon wieder Modul, das kenne ich gar nicht, aber es war so ein Spiel fürs Video, ich schaue mich nur noch lang, wollte nur informieren, und wie, wie, ich bin gespannt, wie dieses, wie dieses Hacker, wo es Hacker ankam, da Hacker, wo es Hacker, habe ich mir noch gar nicht die, 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 äh, Ding angeschaut, die Stats, ich bin gespannt, ob ihr wirklich auch sowas feiert, Hacker, wo es Hacker, weil das letzte, wie du, äh, dieses erste Let's Hack kam mega gut an, das kommt immer noch übel für den Views, Mann, Let's Hack kam, da habe ich jetzt schon 1.000 Klicks, what the fuck, vielleicht hat er nur Glück, aber ich glaube nicht, dass es Glück war, ich glaube, ihr wollt das sehen, aber vielleicht ist es auch nur Glück, ich habe keine Ahnung, bei euch kommt irgendwie dieses, dieses, dieses Hackzeug wirklich gut an, was ist aber kein YouTuber in eurer Größe, der, 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 der es sozusagen ver, 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 verlustig darstellt, oder, ich, äh, 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 bitte, erklärt mir mal, warum kommt das so gut bei euch an, findet ihr, findet ihr keine großen YouTuber, der, der mal Hack mal aus Spaß macht, um darüber Witze zu reißen, weil ich glaube, jetzt ist kein Biff von Haze, aber Haze ist so ein Typ, finde ich, der macht auch Leute Sex, aber mit, mit, mit nicht, mit nicht so viel Liebe, muss man so sagen, er ist ein guter Hacker, muss man so sagen, er ist ein guter Hacker, muss man so sagen, er ist ein guter H Kleins, aber ich finde nicht so, mir gefällt der vom Typ nicht so sehr, muss ich zugeben, er macht das ihm alles so auf Ernst, sagen wir mal so, oder, macht er darüber lustig, sowas gefällt mir nicht, ich fahre jetzt etwas witziger rüber, glaube ich zumindest, hoffe ich mal, und dann kaufen wir es erst mal, sehen wir es gleich, in der BVP-Phase wieder, so, erstmal hier schön quippen, man schlacht mir erst mal ein paar Gegner, oh Gott, schlägt er mich einfach gleich, ne, das, das, das lass ich nicht auf mir hocken, jetzt, jetzt gebe ich die Combo-Hits, ey, äh, lol, der holt mich, was, was, der hat mich geholt, nee, es geht, geht so nicht weiter, ich bin gesund, hallo, wir beide, super, 1,2,1, schön, jetzt hau dich kaputt, jetzt reicht's mir, jetzt hau ich dich, du leckst nicht ich, ich achte schön auf den Chat, du leckst, wieso hast du so gutes Schwert, ich hab doch scharptes 3 drauf, what the fuck, wieso, hä, wie viel Leben hat, wie viel Leben hat der, bitteschön, wie viel verdammte Leben hat der, das ist so, ich hau irgendwie drauf und nichts passiert, ist immer normal, oh, okay, super, hab Schärfe 4, Schutz 3 und ist klar, oh Gott, was soll ich dagegen machen, ich hau, ich, low ground, ich, der low ground funktioniert bei dem einfach nicht, der low ground funktioniert bei dem nicht, komm her, ich will low ground haben, ich warte jetzt einfach auf low ground, komm mal her, noch her, low ground, kann ich den, ach verdammt, sonst musst du auch mal warten, ich wollte den, eigentlich low ground, bitte, er hat halt Horns drauf, ich hole den jetzt einfach kaputt, ist lecker, schwierig, Mann, Splash und sie, bitte, bitte fix eure verdammten Servers, nicht mehr normal, wie ich hier spiele, kann ich in deine FA, nein, tut mir leid, wie gesagt, meine FA ist auf diesem Account privat, auf dem Public Account, könnt ihr mich hier wieder hinzufügen, wieso, jetzt regst du auf dem Video, ich mach das erstmal fertig, reicht mir hier, bitte, bitte, so nicht wahr, jetzt sterbe ich, oh Gott, ja, schön, schön, dass du scheiße war, egal, würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Lolli.